hallo und willkommen zurück zu einer weiteren folge let's play minecraft live in the woods in der letzten folge da haben wir ja da hinten ja die komposter gebaut das ist doch nicht wahr kaum bin ich im spiel wieder drinnen da sind die schon aktiv naja gut auf jeden fall ja wir haben hier die komposter gebaut und haben damit wunderbaren kompost erstellt die wir mit der erde kombinieren können was etwas robuster gegen die krassen verheerung tut ja und habe mir heute mal als aufgabe gesetzt einfach nur mal hier ein paar bäumchen zu ernten und ja ein bisschen laub davon auch einzusammeln woraus wird dann halt kompost machen werden ja und ich gehe jetzt noch mal hoch eine runde zu knacken und ja und was futter ich glaube im elementar haben wir natürlich platz ich hätte jetzt gedacht wir haben keinen platz aber wir machen trotzdem noch mal etwas platz müssen wir alles noch mal richtig sortieren das ist jetzt nur eine grobe sortierung hier das richtige doch ganz ehrlich so ein kleiner mutter das ist lassen wir mal bei uns die können wir noch aussehen obwohl wir haben wir die kiwis samen oder obwohl das muss man ja sowieso noch mal alles aus sehen die anderen nachsamen die brauchen wir eigentlich auch nicht mehr wir haben ja schon alles die bambus sprossen die würde ich gerne noch mal aussehen ja dann haben wir doch auch schon wieder das können wir noch da dabei machen ja hab bis jetzt immer noch nicht geschafft maxi zu gucken das werde ich heute abend mag nachforschen wenn ich von der arbeit komme und ja gut okay dann ab ins hütchen so eine achse haben wir auch am start das finde ich sehr gut die akazien setzlinge die gehören auch einfach mal hier schön querbeet in die pamba setzen so habe ich mir das aber jetzt nicht vorgestellt so wollte ich das machen was haben wir denn diesmal schönes gekriegt aber schien das finde ich lecker finde ich auch immer lecker wenn der kriege die macht lecker 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 passt schon alles wir werden sie sowieso wieder irgendwann abernten hier können wir noch mal einen machen da noch einen da zwei noch ein noch fertig so ja dann wollen wir erst mal hier ein bisschen dezidieren dann nochmal hier und 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 dann hier eigentlich durch diese Methode auch Samplings ja wahrhaftig glaube ich da ist einer oder der ist einfach so gesporn das kann natürlich auch so ich glaube wenn ich unser Beet endlich mal hingekriegt habe dann können wir uns echt auch mal andere Sachen leisten dann können wir hier echt auf große Weltreise mal gehen so das nehmen wir alles mit ich gebe den besten Dünger hier wir nehmen ja hier voll Dünger das ist ein bisschen schwer zu sehen wo die Glätterblöcke nochmal da das Gras ist nämlich etwas hoch so wer muss jetzt dran glauben ich würde gerade mal parallel hier die Ankaxensysteme da austauschen um zu sehen wie viel wir auch einsammeln so die Schere ist auch gleich dahin so könnte man theoretisch auch die Bäume so ein bisschen stützen wie man sie gerne haben will das war eben noch hier total vermuschelt wuschelt wuschelt verblättert und jetzt sieht der Baum eigentlich nicht schlecht aus wenn ich das mal so sagen darf so so ah ok da hat es die Schere zerlegt können wir eigentlich nochmal warte mal ne ok wir wollen ja nichts zurücklassen so ok wunderbar da war noch einer so dann machen wir uns nochmal schnell eine Schere ich will ja eigentlich das Eisen sparen aber ich denke wenn wir da jetzt unter unserer Höhle wo wir ja die Mine entdeckt haben da wird bestimmt noch etliches an Eisen drinnen liegen also bin ich da guter Dinge und erlaube mir jetzt einfach mal den Luxus und machen wir sogar zwei Schere Hm der reiche Heer der macht sich zwei Scheren der eine rechte nicht mehr aus so Der eine Baum, der hat er sich schon aufgelöst, gell ne? ok Okay, dann wollen wir uns mal an den hier widmen. Muss ich nur aufpassen, dass ich da nicht ohne segle. So. Ah, wenn man auf Holz holt, dann geht man sich die Schere aus. Ich dachte eigentlich, die hier bei den Blättern. Naja. Ha. Das war nicht so geistreich. Wo bin ich jetzt gelandet? Erstmal aufsammeln hier. So. Wunderbar. Hier diese schöne natürliche Treppe. Die sehen doch gleich aus. So. So. Da hat man jetzt wieder gelernt, man zückt nie an seinem eigenen Rast zu. So. So. Da hat man jetzt wieder rauskommt. So. Da hat man jetzt wieder rauskommt. So. Wunderbar. Den haben wir auch klein gekriegt. Und es geht abwärts. So. Und ich höre. Blopp, blopp, blopp. So. Ich will da hoch. Mann. Kann ich eigentlich auch hier. Ja, das geht auch. Cool. Da können wir also auch das Gras hier abernten. Und können es dann quasi, ja, so hinsetzen, wie wir es wollen. Das haben wir doch jetzt drin, oder? Ja, hier. Gras. Karzinlauber, 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 Karzinlauber. Oh, Alter. Das gibt den besten Komposter aller 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 Welt. So. Wie viel haben wir denn jetzt überhaupt? Eins, zwei, drei. Ja, das passt doch. Da können wir in jeden Komposter mal so einen dicken Block reinhauen. Ja, der Hunger, der ist schon wieder da. Wo kommt denn der wieder her? Geh mal weg. So. Ach, ehrlich. Ich glaube, die Blaubeeren, die sind reif. Die können wir gerade mal auf die Schnelle hier pflücken. So. Ich glaube, die Blaubeeren, die sind reif. Das ist doch auch mal schön. So. Zack. Der erste Büschel. Der zweite. Und. Der dritte. So. Dann soll der mal fröhlich vor sich hin dampfen. Wir ziehen uns dann mal schnell hier die Bären, wie gesagt, rein. So. Was sehe ich hier? Die Kiwis sind auch reif. Wollen wir gerade mal abernten? Weil, äh, ich glaube, wir hatten aber auch hier noch irgendwo Kiwis sitzen liegen. Und, ne, Kiwis Samen. Na, machen wir gleich. Lass wir das hier noch schnell pflanzen. Irgendwie ist es auch hier immer abends sehr dunkel, wenn wir hier noch am Ackern sind. Ich will doch gerade mal hier ein bisschen was für die Beleuchtung tun. Außerdem hier diesen doppelten Zaun, den brauchen wir ja auch nicht. Das kann man gerade mal korrigieren. Das sieht so ein bisschen fertig aus. Und, ähm, es ist ja keine Gefährdekoppel, wir haben ja ein Beet hier. So, sehr schön. Das läuft gut. Da, der Kompost, der dampft auch schön vor sich hin. Das gefällt mir sehr gut. Da kommen wir nicht mehr dran. Ja. Kleiner Moment. Ich muss mal gerade gucken, was mein Hund macht. Was machst du denn? Warum klappt denn das da alles, ne? Kleiner Spinner. Ja, mein Hund, ähm, der liegt gerade. An der Tür. Die ist so halb offen. Und er hat sich da so irgendwie gegen die Tür mit seinem, mit seinem Rücken gelehnt. Ja, und je schwerer er jetzt wird, umso mehr gegen die Tür dann so nach und nach zu ruhen. Die macht dann immer knack. Knack. So in etwa. Und deswegen war ich jetzt gerade etwas irritiert. So. 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 Einmal kurz anzuschauen. Man weiß ja wie. Oh, hier. So. 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 Da muss ich noch ein bisschen abgehen. Habe ich jetzt was versucht? Die ist so angehört. So, die Tür haben wir auch wieder. So. Können wir uns dann irgendwann mal was einfallen lassen, was wir nicht übrig geblieben haben. Zauber, was wir jetzt alles haben. Anstecken. Gut. Ananas ist auch reif. Das nehmen wir auch alles mit. Was wir haben, haben wir. Die Radieschen, die nehmen wir auch mit. So, prima. So, das können wir glaube ich noch nicht aussehen. Hätte ich sagen. Ananas? Oh, komm mal her. Wir flößen uns jetzt mal eine Ananas rein. Na komm, machen wir mal so. Das war ja mein Plan jetzt. So, wie sieht es hier aus? Das sieht auch ganz gut aus. Aber ich habe keinen Platz mehr. Okay. Da sehe ich noch so ein Garten-Ding. Schön, dass man die dunklen so gut sieht. So. Äh. So. So. Irgendwo hatten wir doch auch noch diese Trittplatte. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die würde ich dann doch mal ganz gerne langsamer dort hinsetzen. Hier, Akazien-Setzlinge haben wir auch wieder. So. Curry-Leaf. Müsste mal eigentlich wieder aussehen. Aber... Will ich jetzt noch nicht machen. Bis wir unsere Bio-Erde haben. So. Oh, die Aubergine. Haben zwar nur eine, aber die vermehrt sich halt auch. Das passt schon. Erde müssen wir jetzt auch bald wieder abtragen. Außenrum wollte ich auch noch mal laufen. Haben mir auch noch so ein paar Zirnchen hingefallen. So. Das ist doch unglaublich hier. Das ist doch unglaublich hier. So. Nehmen wir natürlich alles mit. So. 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 Schön. Ich muss ab und an nochmal hier so ein bisschen in meinen Berg reingucken. Das kann man natürlich auch lassen da. Hat ja alles überlegt. Wollen wir das nochmal hier so ein bisschen angleichen so an die Landschaft? Sieht so ein bisschen rausgetaubt draus. Ich weiß auch nicht. So ein bisschen Erde dran klatschen, damit das ein bisschen besser aussieht. So wie hier, so ein bisschen zerklüftet. Und dann geht hier so ein schöner, schöner, gut gemachter Weg hoch. Ja, so. Gerade nochmal gucken. Hier den Weizen. Den kann man auch nochmal gerade hier abladen. Oh, ich muss hier unbedingt in Ordnung machen. Also ich sage es ist jetzt schon voraus. Also es wird mal eine Folge gegeben. Da machen wir erstmal richtig Ordnung. Eichensetzling und Akaziensetzling. Cool. Da haben wir ja schon fast von jedem Baum. Na gut, also nicht von jedem Baum. Aber da haben wir ja schon mal ein paar Setzlinge. Können wir ja gerade mal hier die Eichensetzlinge mal hin machen. So, das ist reiner Protestmüllgelde. Das ist wenn wir nur die Blattzügejagden. Also das ist dann hier vorne. Ja, das lässt sich gut verlieren. So und die machen wir jetzt einfach mal hier so. So, da hat er aber auch automatisch jetzt die Akaziensetzlinge bezogen. Das wollte ich eigentlich nicht. Aber wir haben ja gerade aufgepasst. Also passt das. So, wo geht's denn hier hin? Da geht's denn hier? Meine Tiefe? So, machen wir mal einen kleinen Spaziergang noch. Damit wir mal hier so ein bisschen unsere Gegend kennen. Wir kennen die ja jetzt mittlerweile. Hier unten ist sie. Schön. Hier geht es dann noch gleich in die Wüste über. Cool. Das sind hier diese tropischen Bäume. Da hätte ich auch mal gerne einen von. Das ist auch noch Akazien hier, gell? Ja, Akazienholz. Ach, wir sind schon wieder hungrig. Das ist ganz doof. Ach komm, für die kurze Reise reicht es. Ich bin jetzt natürlich auch nicht in Treibsand geraden. Zickerbusch. Das sind bestimmt die Büsche, die wehtun. Die uns am Anfang schon so wehgetan haben. Aber auch hier mit den Kakteen. Das finde ich cool. Ich bin schon sehr gespannt. Gerade mal beim Laufen auf die Woll gucken. Wir sind auch schon gleich wieder mit der Zeit durch. Nein, 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 nein. Fällt mir. Ich hasse Treibsand. Jetzt komme ich noch nirgends um die Erhöhung. Ich habe doch echtes Treibsand. Da war ich von der Geilheit von dem Baum hier richtig betäubt. Ich hatte nur den Baum vor den Augen gerade. Mahagoni-Holz. Geil! Da nehmen wir uns noch mal was mit. Wird nicht für das Mahagoni ganze Oberwälder abgeholzt. Ist das gerade so überstrahlt hier? Oh, volle Fleisch. So, dann müssen wir auch irgendwie hochkommen. Ganz ehrlich, ich hätte doch was zu Futter mitnehmen sollen. Also es wird auch der einzigste Baum erstmal hier sein. Ich bin ja nur scharf auf dem Sitzling noch. Mit der Hoffnung, dass der Baum einen abwirft. Den nehme ich mit und pflanzen bei mir an. Wäre so mein Plan. So, die Schere haben wir ja auch. Die Schere haben wir ja auch. Die wachsen aber verdammt hoch, ey. Okay. So. Sehr gut. So. 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 So, eine Zeit haben wir jetzt. Sand, 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 Sand. Hier vorne fängt der Treibsand an. ja ihr lieben die zeit ist schon wieder rum wir bleiben jetzt einfach mal hungrig hier und wird auch hier abspeichern den rückweg machen wir dann in der nächsten folge gemeinsam ich hoffe dass ich jetzt während der absage hier alles fertig machen kann und es kommt schon wieder bei mir und das wird uns in der nächsten folge macht's gut euer playbazie